Was ist die Brustvergrößerung? Bei der Brustvergrößerung gibt es zwei Altersgipfel, wenn man so sagen will. Es gibt die jugendliche Person, die absolut keine Brust hat und relativ jung operiert, meistens vor der familiären Planung. Das sind Leute, die wirklich sehr stark leiden, sich vor dem Partner kaum ausziehen und relativ frühzeitig die Brust vergrößern. Der zweite Altersgipfel ist Ende 30, Anfang 40, wo die Familienplanung abgeschlossen ist und durch die Kinderstillen der Brust gelitten hat, teilweise verschwunden ist und die kommen auch sehr häufig zur Vergrößerung. Eine Brustvergrößerung kann mit Silikonimplantate gemacht werden oder mit Eigenfett als Alternative. Verlässlicher ist ein Implantat, wo das Ergebnis genauer kalkulierbar ist. Die zweite Möglichkeit mit Fett hängt davon ab, wie viel Fett der Patient hat. Und der Teil des Fettes wird immer abgebaut. Das ist nicht ganz so eine genaue Sache, aber durchaus eine gute Alternative. Die Ausbauszeit bei einem Brustaufbau mit Implantate ist vielleicht eine Woche. Das hängt vom Patienten ab. Es tut ein paar Tage weh. Am Ende der ersten Woche kann man einer normalen Tätigkeit in der Regel nachgehen. Stoß- und Hubsbewegungen sollte man vier bis sechs Wochen meiden. Geschmeidige Bewegungen kann man sofort machen. Das gleiche gilt für einen Brustaufbau mit Eigenfett. Allerdings hier ist die Einschränkung wesentlich geringer, sodass die Leute nach einigen Tagen volleinsatzbar sind. Es gibt unterschiedliche Schnittführungen, wo man den Schnitt macht für einen Brustaufbau mit Implantate. Wir legen das größte Wert darauf, dass das Implantat komplett hinter dem Muskel ist. Da es dann noch weniger wahrscheinlich senken kann und so gut wie nie zu tasten ist mit der Hand. Das ist eine katastrophale Situation für eine Frau, wenn die Implantate tastbar ist. Die Narben sind kaum sichtbar. Wir machen sie meistens am Warzenhof, aber auch über die Achselhöhle oder die Informaerfalte in seltenen Fällen. Aber die sind sehr schwer sichtbar. Bei dem Brustaufbau mit Fettabbau und Fetttransfer ist so gut wie keine Narbe zu sehen. Die Kosten für einen Brustaufbau mit Implantate sind in der Regel 5.500 Euro. Bei dem Lipotransfer mit Fett hängt es davon ab, wie groß die Absaugung ist. Wenn einer absaugt um 3.000 Euro, verrechnen wir 1.000 Euro zusätzlich für den Lipotransfer, also 4.000 Euro. Aber das hängt davon ab, wie groß die Absaugung ist. Was ist eine ästhetische Operation? Es ist eine ästhetische Operation. Es gibt seltene Ausnahmen, wo durch starke psychische Belastung eine scherfärztliche Genehmigung erzielt werden kann. Das ist aber in Kärnten sehr schwierig. Was ist ein Patient, der einen Brustaufbau erwägt? Ein Patient, der einen Brustaufbau erwägt, sollte sich sehr gut informieren, sich gut aufklären lassen. Ich kann nur sagen, es ist auch für den Chirurg eine von den schönsten Sachen in der Chirurgie, weil wir doch Handarbeiter sind. Und wenn man sieht, eine junge Frau, die keine Brust hat und wie sie als Person wie eine Blume aufgeht, weil sie den Selbstbewusstsein wieder bekommt oder erstmalig bekommt, der sich früher nicht ausgezogen hat, keinen Freund gehabt hat, diese Änderung an einer Person ist wirklich auch für den Chirurg eine sehr schöne Sache zu beobachten. Vielen Dank. Vielen Dank.